Ich kenne mein Ziel. Es liegt beides auf dem Weg, gefällt mir. Ist da irgendwas? Ich mal nach unten schauen. Nicht dass da irgendwas ist. Kann ja sein. Er schreien wahrscheinlich nicht. Das würden wir hören, aber was anderes im Prinzip. Was ist das? Ein Gegner? Ich höre Gegner, ja. Oh, das ist... Oh. Nein, doch nicht. Das ist ein Maxi-Trüffel. Nein, gefällt mir. Hat sich, glaube ich, auch gezahlt. Aber ich hätte trotzdem schwören können, dass da zumindest ein paar, wenn nicht mehr das, dabei sind. Äh, Krox, genau. Richtige Worte finden ist es noch manchmal schwierig. Sind das? Ja, das sind. Pferdeleins. Oh. Das da hinten ist dann? Ist das? Das gibt es öfters. Ist das ein Pferdestall? Freut mich. Okay. Na, zuallererst werde ich aber die Pferde ignorieren, weil die werden wir nicht mehr nicht viel helfen. Bei meiner Quest für ein Schreien. Aber dann schnappe ich mir ein Pferd. Dann kann ich gleich beim Schreien. Uh, das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir sehr gut. Ich kriege sie damals fleißig. Oh, da ist was. Ah, da ist ein Loch. Ist da irgendwo ein Stein in der Nähe? Vielleicht ist es ja das, was wir da müssen. Ah, da ist einer. Gut, dann bringe ich den da rein. Ist der Gegner? Nein. Okay. Ich sehe schon Gespenster. Das finde ich ungut. Aber. Ah, das funktioniert. Okay. Ich habe dich entdeckt. So ist es. 25. Ich will endlich die Dinger da loswerden. Jetzt will ich endlich was, was sie bringen. Ah. Ansehen. Wo ist das Gebiet? Komme ich jemanden direkt da hinleiten? Das wäre sehr geil. Weil ich brauche eine größere Waffentasche. Definitiv. Das ist alles bald ausmöglich. Da würde ich ja sogar in... Ich weiß ja nicht welcher Gebiet gehen, aber... Wenn das am Ende der Welt ist, würde ich auch noch mich gehen. So in etwa. Hm, habe ich gesehen. Schade. Ich will jetzt töten. Wo, ich kann hier. Schade. Ich hätte es probiert. Es ist nicht ums Ernst, der Boomerang, also. Ich höre Musik. Und das gefällt mir. Aber zuallererst. Der Kau mag er schreiben. Ja, na, wird schon funktionieren. Und schauen wir, was uns da drinnen erwartet. Okay. Und da sind wir auch schon beim neue Wege schreien. Dem Kau mag er schreien. Aha. Ja. Ich glaube, ich sehe, was zu tun ist. Ja. Das war noch simpel. Hast du wahrscheinlich... Ist das ein reines Magnetending? Hallo. Ah, damit. Ja, so viel Schaden macht er nicht. Oh, gut. Gibt es da mehr von den Dingen? In Jo soll ich das gleich vernichten. Na, na. Und da... Ja, okay. Hau ich dich gerade wange... Wächter-Sachen sind gegen Wächter-Dinger sehr effektiv. Oder wie ist das? Oder... Hau ihn einfach nur überrascht. Ah, was auch immer der Fall ist. Okay. Ja. Gut. Dann öffnen wir mal das. Oder auch nicht. Okay. Aha. Okay. Reisebogen. Der ist aber schlecht. Aber wenn ich es nicht öffne... Ah. Na gut. In dem Fall wegwerfen. Aufnehmen. Ich brauche den Reisebogen. Echt jetzt. Der ist ja echt schlecht. So. Das glaube ich kann man auch sprengen. Also spreng ich es mal. Oh, Moment. Ist dann das... A Tür-Tür? Die was ich... Aufnehmen kann? Ja, es ist so ein Ding. Okay. Ja, dann. Jetzt. Easy. Hey, niederwifeln. Dammit. Aber es gefällt mir. Hihihi. Na, voll geil. Komm her. Bisschen aber. Schwerkraft, hilf mir mal. Bisschen noch. Okay. Willi. Na, nicht. Oh, gut. Weil da möchte ich ja noch auf. Ja, dann tun wir das geschehen. Geht sich aus. Ja, sehr gut. Das ist mir so gestabil. Ah, und das ist sogar magnetisch. Der ist den von unten hat er können. Keine Ahnung. Auch egal. Wir haben das Ding. Und da ist... Ja, opal. Ja, gut. Dann schaut es ja schon so aus, als wäre man am Ende. Na gut. Ja, das muss ich auch mal zwischenlagern. Okay. Einmal da. Perfekt. Irgendwas, was ich übersehen habe. Schaut nicht so aus. Na gut. Ein weiterer Schrein geschafft. Ich glaube mir, Neons ist eh schon die Ocht. Aber... Wurscht. Schauen wir mal. Okay. Sind wir wieder heraußen. Und... Ich glaube, wir haben jetzt eine Aufgabe. Eine große, wichtige Aufgabe. Mit dem Namen... Ja. Wir werden jetzt... Da. Zu dem Ding da gehen. Können wir das erklemmen? Das war auch cool. Der Stall der Hochebene. Können wir das erklemmen theoretisch? Ja. Können wir das bei Regen erklemmen? Ist die Frage. Ja, schwierig. Ah, soll ich warten? Na gut. Ich sollte mich ja ein bisschen umschauen. Also... Ja, ich sollte warten. Können wir das von da aus auch... Irgendwie euer klemmen? Ja, kann ich. Okay. Na gut. Hallo, du. Hi. Wildpferd. Übernachten. Na gut. Wir haben auch hier. Hey, Kangis. Bist du... Ja, du bist der, der was da in Kakariko malt. Was tust du da? Hi. Ich habe meine Reisenseite ihm auch vor Ort gesetzt. Vielleicht gibt es noch mehr Orte, von denen ich dir erzählen kann. Ja, ich zeig dir mal ein Bild. Schauen wir mal welches. Hintergrund ganz klein, die Hüliabrücke. Zwei kleinen Statuen. Oh, wo ist das? Im Nordosten des Hüliasees. Mit Blick auf die Dinger. Aha. Panoraberg oder weiter östlich. Okay. Haha. Okay. Ja, das werde ich gleich markieren. Panoraberg. Äh, zuerst Hüliabrücke, Winkel. Mit dem heißt er da so ungefähr? Panora oder weiter östlich. Äh, dann mache ich da einen Stirn. Und da. Und da. Und da. Ah, na? Gefallen mir. Okay. Hey Terry. Was geht? Haha. Keine Ahnung. Äh. Äh, zuerst möchte ich mir kaufen. Holzpfeile. Hm. Teuer, Santi. Suche schon. Maxi-Echse. Die war cool. Ha. Octorox-Ballon. Ich kann damit... Das muss ich auch irgendwo ausprobieren. Dinge fliegen lassen. Kann ich mich selber fliegen lassen? Regen. Du hast, du hast die Quest. Ja, ich bin zum ersten Mal. Stehe. In dieser Ebene erleben viele starke Weltpfeer. Früher ist auch Nomaden, aber... Oh. Ja. Überlass das mir. Gott. Töte alle Banditen. Das ist Karolim. Du hast das markieren. Mal gleich als Hauptquist. Haha. Äh. Ja. Einfach Banditentöten. Mehr nicht. Das ist ja simpel. Na dann. Äh. Töte ich einen Bandit aus. Hilfe. Boah. Was spinnst du eigentlich? Du greifst da nicht diese... Sorry, Pferdelein. Aber das hat sein müssen. Ich muss den Kollegen da töten. Er hat mich noch nie damals gesehen. So ein Aschloch. Komm her. Ich will dich töten. Komm her. Komm her. Ha. Ha. Er will nicht kommen. Ich brauche ein Pferd. Das Pferd ist nix. Okay. Wie geht's dir eigentlich? Alles okay? ganz ganz. Ganz ganz still halten. Ja. Ja. Ich kümmert mich gerade schon drum. Oh. Ein wildes Pferd. Das nehme ich mir. Und dann vernichte ich alles im Umkreis. Okay, geschafft. So, töten wir mal alles. Was tat siehst du? Ah, what a shit. Wie viel Schaden warf das? Pferdelein, bleib stehen. Ich brauch dich noch. Ah, die Monster wollen einfach keine Rolle geben. Oh no! Wow. Hey, es hat das Ding getötet. Okay, er ist zwar noch nicht tot, aber er ist einmal weg. Ist er anfang. Stehbleiben, stehbleiben, stehbleiben. Ich brauch dich noch. Was hat der da vor? Oh, Volltreffer. Oh, das geht auch. Per halten. Wow, Pferdelein. Ich will die da rüber haben. Sehr geil. Okay, das hat sich ausgezahlt. Okay. Langsam töte ich da alles. So, euch zwei muss ich auch noch töten. Nicht unbedingt ein gutes Pferdgebiet da hier oben, aber. Hilfe? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich würde gern hinunter, ganz ehrlich. Okay, der ist mir weg. Kannst du da oben gehen? Über das sehr verbunden. Danke. Oh. Okay. War das irgendwie so ein Wanderer? Angelstedt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Glauben wir, zwischen hier und dem Berg der Stall hochgingen. So viele meinten, da reinkt man es selbst, dass der Esel galoppt. Oh, ein wandernder Händler. Fisch und Obst aus Engelstadt. Palmfrucht habe ich noch nicht. Okay. Füllt Herzen auf. Ja, nein, nicht so wichtig. Über das Maximum. Cool. Schwertschnapper. Rüstungsschnapper. Na, gefällt mir. Okay, du hast ein paar interessante Sachen dabei. Aber eigentlich will ich auch was verkaufen. Weil, so weiß ich was. Weil ich fühle zu viel Herzen. Äh, fühle zu viel andere. Kann ich mit Bärenstein und dem ganzen Opal-Zeug auch irgendwas anfangen? Ich glaube, da muss ich auf eure Kommentare mal horchen. Das Steinsalz, ja, Salz. Das ist eh klar. Aber eben das Rodonit und Leuchtstein und Opal und Bärenstein. Ob ich damit was anfangen kann. Das wäre für mich sehr interessant. Also, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwann die nächsten Tage dann einmal das ganze Zeug, wow, 500er, verkaufen. Oder eben auch nicht. Wenn man es braucht, kann ich auch sein. Sollte ich... Ja, und wenn ich irgendwas verkaufe, dann sowieso noch gekocht. Hm, na, danke. Na gut, dann würde ich sagen... Ich suche mir noch ein paar Gegner. Weil ich sehe schon wieder einen. Okay, alles tot. Oh, Banditen der Prärie haben wir erledigt. Sehr geil. Okay, ja, na, das Pferdelein könnte ich mir. Du hast treue Dienste geleistet. Dankeschön. Ja, sorry. Ups. Handel ist mein Leben. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe da gerade ein Pferdelein mit. Paddock, ich brauche die. Ja, ich habe gerade ein Wildpferd mit. Äh, sehr gern. Zuneigung Maximum. Ah, okay, okay. Ruhiges Temperament, Stärke, Tempo, Ausdauer. Aha. Sehr interessant. Ja, ich registriere es einmal. Äh, ja, Zahnskorbine. Gut, das ist wert. Boah, ich kann einen Namen für mein Pferd eingeben. Haha, okay, na, cool. Äh, dann. Na, Epona, glaube ich, hat es nicht von Ihnen. Wie nennen wir unser Pferd? Bist du eigentlich männlich oder weiblich? Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Ich nenne mein erstes Pferd einmal ganz eigenartig. Fee- Lecks. Ist das ein eigenartiger Name? Ja, eindeutig. Hi, Felix. Ja, ich nimm's gleich mit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja. Oh, okay. Na, interessant. Ja, na gut. Du, bleibst stehen. Boah, jetzt hast du einen Sattel. Na, cool. Schneller blühen. Äh, bin dabei. Oh, okay. Oh, ich kann einem noch mehr zeigen. Ah, na, das haben wir schon mal. Was, das sagt, in jedem Gebiet das gleiche. Moment, sagt er jetzt in Kakariko wieder was? Ah, na, ich glaub, ich hab das in Kakariko schon gemacht. Vor ewiger Zeit. Gotti-lein. Wie, 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 ist gleiche wie, wow, cool. Hi, ihr beiden. Kann ich strecheln? Ah, ha, ha. So, 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 so. Halt's mir wieder. Das ist voll geil. Okay. Ah ja, wohn, das regeln ja mehr. Okay. Äh, bevor ich jetzt die Quests da annehme, oder, beziehungsweise, was anderes mit quests mache, would ihm mal sagen, ich klettert mal opfe. Weil ich habe böse Vermutungen, was das da oben betrifft. betrifft ok das nehmen wir mal als rastpunkt glaube nämlich dass du ein ja sehr gut wenn ich muss a croc ding ist an der spitze das schreckt mir aber für was bin ich nun aufgeklettert noch mal zum spaß kann ich auf meinem pferd landen was wie geil man kann auf dem pferd landen wie geil ist es ich drehe schon wieder durch sorry ok du moment zuallererst erklärs mal springen mit dem pferd über hindernisse ja cool gut da mal ja von mir als sanskrobine hilft nix gut manchmal schau mal weiter über diese wiese springen aber über die hindernisse ok gibt es dafür reihenfolge oder so ja gut nicht vom pferd ja ok erklärt erklärt die nummer ok eine minute 30 ja gut 2 ja gut genug ja gut ich übersehe kein ding kein hindernis das wäre auch gut das wäre auch gut 6 haben wir mal ich werde jetzt schon mal vielleicht wird es dann besser es weigert sie warum warum weigert sie du wo ist ziel da oder 1.15 punkt genau wirklich eine gute zeit immer besser schmuck schmuckzaunzeug schmuckzaunzeug naa danke haben wir es jetzt schon gleich drauf geben moment wichtiges dieses ausfahrende ornamierte taumzeug wird für festakte verwendet stopp konnte es irgendwie konstant klicken vielleicht berührst du okay vielleicht beim pferd registrieren pferd steht allerdings okay die wissen wir ganz kurz ab weil ja immer sowieso die katzen die quest abgeben wo ist das wird sein du schläfst gott ok in dem fall lassen wir mal ein bisschen zeit vergehen weil das geht überhaupt nicht bis morgens frechheit